Hallo meine Rambas, schön, dass ihr heute dabei seid bei Let's Play World of Tanks live. Ja, ihr seht richtig, ich spiele wieder selber für euch und heute habe ich mir mal den IS-3A wieder mal ausgepackt, den ich euch zeigen will. Warum? Ja, ich dachte mir, eigentlich wollte ich den normalen IS-3 zeigen, habe aber dann gesehen, ich habe keine Verbesserungen auf dem drauf. Und dann dachten wir, gut, dann nimmst du halt den A, mit dem kann man ja auch gut spielen. Außerdem fliegen da die Kanonenkugeln, Kanonenkugeln, die Granaten eh schöner und schneller. Ja, und dementsprechend dachten wir, IS-3A geht auch. Und wir sehen, Matchmaking läuft, 9er, 8er Gefecht, wobei die 9er nur zwei Stück sind, also vollkommen okay. Und hier werde ich mich mal dem Lemmingtrain einfach anschließen. Gerade lauter IS-3, da fühle ich mich ja heimisch. So, die Jungs werden schon wissen, was wir machen. Jetzt einfach in die nächste Straße und dann mal reinschießen. Das ist zumindest die Idee. Bin offen. Aber nicht doch einen Spot, sondern... Da drüben hier ist 6. Ah, ich will jetzt nicht so drauf fahren. Das ist zu krass. Ich will aufpassen, dass der IS-6 mich da nicht erwischt. Wenn er so stehen bleiben würde. Wäre wunderschön. Ja, jub. Und weg ist er. Auch dir eine. Und man sieht halt, die Granaten fliegen hart schnell. Das ist schon sehr, sehr geil. Hinter. Basis. Ich muss Basis verteidigen. Und der 12er. So, jetzt den AMX. Und der haut auch direkt wieder ab. Aber warum haust du denn da hin ab? Da sind doch meine Leute. Also, der letzte Rest steht auf meinem Punkt. Und die kümmern wir uns natürlich in bester Manier, so wie sie es gehört. In den Boden geschossen. Auch immer schön. Weg mit dir. Jetzt will er natürlich jetzt gibt es statt, dass er sich auf die anderen dreht, wohl noch mehr Gegner kommen für ihn. So, und weg ist er. Ja. Ganz entspannte Runde. 1.550 Struktur habe ich noch. Und in der Zeit habe ich ihn 6 oder 7 Treffer anbringen können. Also, da sieht man mal, dass man mit dem durchaus was anstellen kann. 2.335 Schaden bedeutet Platz 3 im Schaden. Wir haben 9 Schüsse abgegeben, 6 Durchschläge gemacht und es gab 54 Credits am Ende des Tages raus. Also, ich glaube, eine schöne, entspannte Runde und zeigt, warum ich die IS-Reihe allgemein sehr gerne mag. Und auch der IS-3, gerade im Nahkampf, da fühlt er sich wohl. Da braucht er nicht so lange zum Aimeln. Da kann man schon durchaus was mit ihm anstellen. Und man sieht, mit was ich hier noch fahre. Lüfter, Richterantrieb und Ansetzer. Das sind so meine Favoriten. Und der einzige Nachteil, den man dem Panzer zusprechen muss, als Crew-Trainer hat er nur drei Mitglieder, den Kommandant, den Richtschützen und den Fahrer. Naja, also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche euch weiterhin alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.